350 Kilometer Straßennetz im Tal und am Berg sowie enge Gehsteige hat die Gemeinde Steins in der Steiermark ganzjährlich zu pflegen. Dafür bedarf es unter anderem dem Multi-Hog, um den 8500 Einwohnern der Gemeinde ein sicheres Fortbewegen zu ermöglichen. Im Winterdienst ist er dadurch, dass er beweglicher ist, natürlich im innerörtlichen Bereich auf Gehsteigen gut zu einsetzen. Den echten Tiefenwinter am Heuer noch nicht erlebt, dass wir auch das Schneeschieben mitmachen würden, aber so ist er im optimalen Einsatz. Der Multi-Hog ist diesen Herausforderungen gewachsen und deshalb eine Bereicherung für den Wirtschaftshof. Der Multi-Hog punktet gerade in der Qualität und in der Ausführung und in der Robustheit mit hohen Nutzlasten, Ganzjahreseinsatz und Multifunktionalität. Ein echter Irre ist der Multi-Hog und das schon seit 2008. Konstruiert wurde dieser zu Beginn für Flughäfen im Ganzjahresbetrieb. Multi-Hog bietet sechs Modelle an in Baureihen von Beginnend in der Motorisierung von 55 PS bis 120 PS und auch in verschiedenen Breiten. Die kleinste Breite bei dem kleinsten Multi-Hog mit 55 PS beginnt bereits bei 1,15 Meter, so dass man ohne weiteres problemlos auch auf Gehsteigen die Wendigkeit darstellen kann. Seine Wendigkeit verdankt er der hydrostatischen Knicklenkung, die auch das Befahren in Schräglagen problemlos ermöglicht. Beim montierten Schneepflug sind die Klingen schrägstellbar, bei einer Arbeitsbreite von 1,3 bis 2,4 Metern. Die Einsatzgebiete sind sehr, sehr vielfältig. Wenn man den Ganzjahreseinsatz hernimmt, der normale Standard-Wintereinsatz, räumen, streuen, schneefräsen. Geht aber dann weiter auch mit dem Multi-Hog, wo wir jetzt tätig sein werden, Rasen mähen, Grünlandpflege etc. freischneiden. Man kann den Multi-Hog auch mit Staplerkabeln versehen, also ein Fahrzeug, welches wir über das ganze Jahr vielfältig einsetzen können. Der Service läuft österreichweit über die Pappers-Gruppe. Wir garantieren den Kunden ein 24-Stunden-Service, stehen hinter dem Produkt, welches sehr, sehr wichtig ist, im After-Sales-Bereich auch hier Qualität, welches die Pappers-Gruppe auszeichnet, auch hier im Thema Multi-Hog zu bieten. Wir sind stolz, den Multi-Hog in unser Produktportfolio mit aufgenommen zu haben, weil er die optimale Ergänzung ist im Bereich zum großen Bruder, den Unimog. In der Weise, da ja der Multi-Hog eigentlich dieselben Arbeiten, wie der Unimog erledigen kann, dies aber jedoch in Bereichen, wo kleinere Fahrzeuge, kleinere Abmessungen, Wendigkeit etc. gefragt sind. In Summe war es eine gute Entscheidung, weil es einfach so multifunktional einsetzbar ist, dass es uns entgegenkommt. Der Multi-Hog – eine echte Bereicherung im kommunalen Ganzjahresbetrieb.